Stichwort Hallo und Willkommen bei MW2 Heute sind wir bei Privatmat Auf Randallen Ja und äh Leute ich hab einen Spieler weggesnackt im Standalone wird das muss ich ja ein sehr wahrscheinlich noch früher fahren als ja ich weiß trotzdem heilig ich habe gar nicht aufgepasst ich war im mehrspieler modus äh dingens drin so weit schon dass da lauter typen rumlaufen und ich wieder spawn kann und so weiter was wie sieht denn das aus es sieht ja richtig ich habe mich damit gerechnet dass da dieses visier drauf ist was ich gewohnt bin ok 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 ich mach grad mal option dauerung dauerung du darfst diesen part nicht vor den stand-alone parts hochladen sonst ist das nämlich ein zweifel ist das denn ich hab grad irgendjemand auf steam geedit lass es einfach scheiß auf steam du bist ähm vielleicht ein abonnement machen wir mit aber Prozent von Berlin so ein oder natürlich mir die Kämpfer hier mal raus lobst übrigens dass dieselbe Uhr wie ich also so ähnlich die sieben ähnliches darauf kommt's an ne ist cool aus ich hab ich mag sich in den Uhren in der sieben meines Orang schwarz auch aber die hier sieht cool aus die ich glaube nicht dass das eine Uhr ist oder natürlich er weiß ich das so bewegt hat sich das ist ein Kompass ja gut wir auch schlau in Wien und Kompass aber wir sind ja hier nicht die Miliz und du könntest auch ein bisschen komm schon Deutsch wenn dann die nächste Runde gewinnen wir ooooh mofuckers what the balls ich wusste nicht mal wo du bist ich auch nicht ich hab ich hab einfach in die Richtung geschossen wo ich dich hüpfen gesehen okay ah der Dropschotter der kleine hehehe oh mein Gott ja mit Sniper und so hätte ich sofort verkackt der 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 ja jetzt hat mich noch einer aufs Team geedit alter guck mal erstmal nach ich ich regel das hier schon okay das ist Tobias der heißt Wurstprofen vergammt genau in dem Moment du bist auf dich allein gestellt wirklich Alter willst du mich verarschen genau in dem Moment renne ich da hin willst du mich verarschen alter ich ich einfach nur so um dich zu verschrecken und dich erwischt ich sogar noch haha sehr nice oh jetzt war ich voll den Brammeln sagste sehr nice Sascha sehr nice den Bramm machst du noch lange keine Worte trotzdem Samtexkill ich sag dann immer ich mach den Bramm Junge jetzt geh ich heute gerade richtig ab sagste okay noch nicht ganz aber wieder geht der über B über B du meinst ihr unter C der war eigentlich richtig schlecht aber ich muss trotzdem lachen über B äh wie über B du meinst wohl unter C oh Gott der lacht dich richtig schlecht aber ich muss trotzdem lachen ich er ist halt behindert aber so behindert dass er schon fast wieder mit sich ist oder zumindest wohl war wach 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 Sniper das ist noch längst keine Berechtigung zum Campen ach ich hab's du mich gerade trocken ne den Camper den töten wir den Kilmer ja mal gucken wie gut du auf der Ferne bist aus der Ferne auf der Ferne Ferne würde Ferne? Sperme oh man was so das denn ja ich lege mit schlechten Witzen um mich hier es gibt's nicht wie hast du gerade gelacht ey ja das was künstliche Lache weil ich schon so eine behinderten Lache hey ich Abschnitt von dieser Map gar nicht ich auch nicht die sich jetzt zum ersten Mal ist bestimmt hier neu geedit worden wegen dem ACR Ranger Ging und Bivi Pro add on alter bin ich dumm ich hätte schwören können ich hätte schwören können dass deine sitzt achs achs mein Gott diese Texturen in Rila wenn mir das nicht passiert hehehe in Rila bist du auch kein Soldat der ist der Sonderkommandos 1 4 1 ja fünf Sekunden sprinten kann und dann ist er außer Atem du Hauskämpf ich hab dabei ges- nein ich hab mich nicht gesehen ich dachte der war woanders alter jo na Spaß alter scheiß Franzose Sonderkommando 1 41 wurde ausgeschaltet jetzt ey ich hab mit meiner Abslammung auch nichts scheiß Franzose und ich muss meinem Titel gerecht werden hehehe oh mein Gott dann nimm die Farmers Junge genau naja das ist ja keine das ist eine Franzosenwaffe aber die benutzen die Franzosen nicht weil die zu französisch Stöcke sind watzigen ja die Schrot die sind mehr so Franzosen die Hühnchen sind immer noch nicht tot komischerweise ich glaub die denen gefällt die Bomben schlafen und so als ich äh ich hab die Bomben angenommen äh aufgenommen aber egal Junge am Anfang wo ich oder hinten ist er bei B ja bei EB ins Gebäude rein irgendwo Mama WTF Alter der ist da der ist da der kämpft da bei diesem bei diesem weiß ich schon so bei dem Brunnen da drin war ja halt alter das war jetzt genial ich hätte dich jetzt nicht vermutet dass du so da wärst du springst einfach eiskalt über mich ja scheiß Camper uh gut gemacht team er schreckt mich doch nicht so du sprich auch nicht grad schlechter Schreck auch es wird aber jetzt nicht dass sie gerade wohl vielleicht immer wie ich gezogen habe eine Weisheit Prozent Prozent an meine neue Maus wurde mir noch gewöhnt an die Lecks komischerweise muss ich mich gerade gewöhnen weil es ja bis zum nächsten auch so lege ich scheiße ja nicht nur bei euch ein bisschen der Host kann ja nicht legen die Stadler Stadler oh oben 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 diese Nutte bei B oben im Haus ja Franzosen Junge der Flo hat gesagt der Flo hat gesagt und du hörst auf ihn cool du hast den Stadt heilige Scheiße oh das war jetzt aber nubig von dir dabei ich wollte eigentlich nicht da runter springen ich wollte eigentlich nur drüber klettern und dann auf die Treppe runter rennen ausdrehen weißt du hättest doch so den selben weg gerannt aber so habe ich halt noch sagen bekommen und deshalb wurde fahrt ja du wärst so oder so tot wenn du darunter gesprungen bist ja deshalb zählt das nicht als Aufräter genau Schall dem Fall ist nicht gerade die beste Waffe was Waffe Schall dem Fall oder ich bin ja die Hälfte wir haben Deutsch verloren weißt du so viel gewollt wir haben das gerissen Deutsch ja wir haben das gerissen Alter wir haben unser Team aus der Niederlage herausgezogen ja aber oh du du Arsch Camper ok nein eigentlich nicht ich bin da hochgegangen und dann hab ich dich gehört ich hab doch gemessert in diesem Augenblick hab ich gemessert leider zu spät das war bei mir schon die Animation da also ich ok sein wir so nett und nimm die OMP meinst du nicht auch? sehr nett sehr nett total finde ich auch boah ich muss die Empfindlichkeit noch höher stellen oh mein Gott nein lass mal lieber tu es ganz runter damit du dich stundenlang drehen musst und dann wir dich killen können so wie ein Juggernaut halt weißt du du bist zwar stark aber wir können dich sofort krass flankieren dann weil du dich langsam drehen kannst so wie die A10 ich mag irgendwie nicht das Flugzeug A10 ja den Jäger kennt ihr das Flugzeug? den Typen? A10? kennt ihr den? nicht? ähm ich bin so behindert ich hab mein Stück Blatt für die weil wir gerne Alter hast du dich kein Stück bewegt? hä bist du gestroben? ich mein Alex ach doch du bist du jetzt da passt schon Alex ich hab mal wieder die inkompetenz hier ich hab werd' von ein laufgelassen nepp hier ist das wieder ausgeschluckt und deswegen hast du jetzt keinen mehr o 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 ob teilweise da aber du bist aber so ein geiler Typ Okay, gibst es mir aber richtig, weißt du das? Oh ja, ne? Dieses Niveau... Qualitätsoffensive. Mhm. Das sagt doch schon alles. Ich glaube, wir faken viel zu viel. Nein, eigentlich nur du. Ich nenn's Qualitätsinitiative, ja. Hm. Hm, kann man das so gehen lassen, Daiber? Oh, da rennt jemand ab. What? Oh, boah, 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 boah. Mein Headset verarscht mich. Hihihihi. Also ich hab's gehört, dass der von der unten gekommen ist. Ich hab dich verarscht, den ich... Ich hab' den der Werzer dort der rechts neben mir halt, das weischt, der weg. Ja, da war ich ja auch. Blöd, ich bin runtergekommen. Das ist einer von Bitch. Ich will die Bombe legen. Ach so. Wissen die jetzt die Schützer? Von Nord... Notre Dame. Der von... Der... Der von... Der von... Der von... Der von... Der von... Wo ist der? Banks. Iquitus. Überall ist, wo du gestorben bist, ne? Ack! Ack! Okay, da hinten ist er. Was ist er? Noob tube? er kleber hat eine klärmer jungen wirst du bist denn der gewesen ja in dem haus oben der kleber überliebte kleine monge ich habe keine ahnung wie ich das geschafft habe ich ja er war nicht gut auf der qualitätsniveau Foto ich will die wir haben gesagt wie kritisiert wird sie nicht die war halt einfach abhahn abhahn er hat sich gelacht ist auch verworfen aber egal ich wollte einfach nur ein bisschen Prozent aber ich habe einmal bestätigte dass sie über die Fertigke sie ist einmal liebte ein Text dann gelogen der Knüchelstjahr aber das war meine Zertigsten weil die sind am besten Das ist die richtige Qualitätsinitiative. Ja. Ja, ich nenne es jetzt auch so, ja. Da unten ist er da unten. Aim für den Arsch, ey. Die UMP ist so arschig. Danke. Ich nehme wieder die Skaha für gesetzt. Mein Aim war jetzt auch nicht gerade der Beste. Meins war übelst schlecht. Weil ich einfach so zittrig bin wegen Standalone immer noch. Aber du hast mich gerettet. Oder wohl, naja, kannst du gerettet. Ja, trotzdem, du hast es gefinished. Dankeschön, Tatch. Wir holen wieder auf. Obwohl wir zu zweit sind, eigentlich immer aufholen sollten. Aber nein, er ist der Brahmin und wir sind hier der Sepp und der... Der... Und der inkompetente Hadi. Oder so. So wird das schon passen. Ja, genau. Genau. So sieht es aus. Und ich hoffe, euch stört es nicht, wenn mein Mikro zufälligerweise zu laut wäre. Weil ich jetzt einfach die Schnauze voll habe von dem leisen Getue. Mama! Oh, yes. Äh, ich steht immer noch 2 zu 1. Jetzt steht immer noch 2 zu 1. Du wirst das in der Aufnahme sehen. Ich habe dich sogar gesehen. Ja, das habe ich jetzt schon auch gesehen. Von deiner Perspektive wahrscheinlich. Ich habe es angeguckt. Der ist da in diesem Haus, weißt du schon, wo ich war, bevor du ihn weggesnackt hast. Deutsch. Nein. Deutsch. Dem Haus, wo... Weißt schon. Weißt du? Weißt du? Okay. Und wieso? 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 Okay, Standards. Und P. Und 4.1 ist für den Arsch. Widerlegst du die Bombe? Sorry. Sorry. Tige. Der hat es voll vor und so. Finish him. Nein. Nein. Hör da. Alex schreit. Nein, wenn du mich messerst. Ich wusste nicht, dass er dich gekillt hat. Nee, wusste es ja nicht. Nein, nein, nein. Ich habe das nicht gesehen, was er gemessert hat. Deswegen... Ich bin ein krassvoll hysteres, wenn ich jemanden sehe. Ich kann gerade nicht zählen. Ich auch. Geht mir genauso. Wisst ihr, wie ich gerade die E-Taste eingehauen habe? Ach, Meno. Das war wohl nichts. Alter. Fick dich einfach nur. Der ist da in diesem Dreckshaus, ey. Weißt schon, wo das Haus ist. Hot. Uh, gut gemacht. Ich habe ihn unter Druck gesetzt und du hast ihn gefinisht. Okay, jetzt kommt eine andere Waffe. More bueno. Eigentlich wollte ich auf den Alex warten. Ich wäre nicht rausgekrochen. Ist halt blöd, wenn wir von zwei Seiten kommen. Das ist Smeagol, er hat einen Vorteil gehabt. Erst jammerst du, wenn wir teamen und dann, wenn wir nicht teamen, ja? Ich habe nicht gejagt. Nein, ich meine, der Divell hat eher so immer zu zweit seid ihr. Gut, da waren wir auch zu zweit, weil du ein Einsatzschild hattest, du nicht die Ska-Hare. Okay, das war richtig teamen, Alter. Also nicht. Und da ist so richtig ausgeflippt und hat mit Schimpfwörtern um sich geworfen, der Divell. Ja, das war schon eine tolle Zeit. Ja, wir haben es, dass ich dann so zu tun bin. Scheiße. Schatz, Polz. Oh, die ERPK, Alter. Nee, ERPG. Ja, mein ich ja. Okay, läuft bei Divell, wo auch immer er ist. Ich habe Angst. Du bist du. Hast du überlebt? Nein, oder? Sascha, was hast du eigentlich jetzt für ein Headset? Hast du ein Headset-Headset oder hast du... Keine Ahnung. Normales Headset. Cool. So stehst du darunter nicht. So eins, wie ich hat? Oder so eins, wie Divell hat? Nee, ich neulte eben ein bisschen mit mehr Leder. Kunstleder und so. Das darf. Aber es ist jetzt nicht mehr so ein pieksames Mikrofon, sondern so ein, weißt du, das ist einfach ein... Am Arsch, Alter. Mein Aim. Mein Aim gerade. Ey, voll für ein Popo. Hättest du das gesagt? Ja, letzter Schuss, Alter. Ohne Witz. Das war der... Siehst du, ich habe es sogar... Flo, äh, gestern alle Battlefield Bad Company 2, zweimal mit dem letzten Schuss jemanden getötet und dem einen habe ich so gern in Schienbein oder so geschossen und der ist gestorben. Jetzt ist es, wie ich mich hier ständig fühle mit meinem letzten Magazin, weil ich einfach... Letzt Kugel, weil ich einfach keine Aim habe. Hier läuft nur die Masse und nicht die Klasse. Und es leckt gerade übelst. Oh! Brücke, Brücke. Das war das Glück, wegen ich habe mich teilweise verdrückt, weil ich auf D gekommen bin. Nein, 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 nein. Ah, ich habe einen Assist und drei Kills? Mg4. Ja. Aber was war das? Die bringt nichts. Ich wollte schon sagen, das war ja. Ach, bar. Das ist ein privates Match, Alter. Trotzdem, die KD musst du dir behalten, ich weiß. Weil ich die beim privaten Match verbraue. Ja, total, ne? Die wird ja auch abgespeichert, nur du versaust sie auch jedes Mal. Ja, ja. Alter, come on! Wieso immer dieselbe... Ich dachte mir jetzt, der wird doch jetzt nicht so sein und jetzt nochmal denselben Weg laufen. Also, gucken, aber nein, er tut es wieder und wieder. Und du mach nicht auf Franzosen, ja? Alter, du hast schon die Drohne. Digga, was ist los? Ich habe ja eine Predator. Was ist los? Scheiße, dann benutzt die Drohne. Nicht Spaß, wir sind zu zweit, wir dürfen das nicht. Hey, ohne Spaß, ey. Also, bei mir ruckelt jetzt das vom Internet her. Oh ja, bei mir jetzt gerade extra. Aim like on the railing, quiz, I feel. What? Oh, shit. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle, Deutsch, mit meinem Aim. Oha, die hat ja null Rückstoß, kann das sein? Nein, dick. Aber trotzdem Spray zum Minimal. Ich bin auch so ein Sprayer, hat Niklas gesagt. Oh ja, du schießt immer und dann teilst du erst. Das war aber wirklich nur Ausnahme in diese Runde und da war ich auch ausnahmsweise mal gut, ja? Mit einer 3er KD und so weiter. Hast du ja gesehen. Scheiße, Runner. Du kannst mich mal mit. Es ist nicht mal die Runner-Klasse. Ich hab nicht mal Marathon oder Leichtgewicht drin. Aber trotzdem hab ich dich gemästert, weil ich hab mir gesagt, du kannst dich mal mit deinen Schusswaffen. Ich ne Messer, Junge. Ist es hier eigentlich auch so, wenn du keine Primärwaffe ausgerüstet hast, dass du ein Messer hast? Äh, hier kann man keine Primärwaffen nicht aufrufen. Achso, ja, weil das wär irgendwie für Sascha, ne? Weißt schon. Daher. Er ist nicht unbedingt, aber er ist der Messer-Tubi. Multiplayer bin ich irgendwie der Messer-König. Also natürlich, wenn die anderen das auch drauf anlegen würden, würden sie es bestimmt über mir schaffen, aber... Alter, Leggy! Mhm, aber mir auch. Ich porte mich so viel und... Das ist aber irgendwie voll... Plastik-Kosmikuri. Ach, der ist da wieder oben auf dem Haus. Das gibt's ja nicht. Oh mein Gott, der Diverl. Alter! Sollen wir nicht sagen, wo du bist? Jawoll. Nein, du schreckt mich auf. Und man darfst du... Ey, weil du immer da hingehst. Alter, so, hast du schon roter Tigerstrahl? Ach ja. Ja. Du bist ja schon so lange wie wir online. Mhm. Das war jetzt so ein logischer Satz, aber du weißt, was ich meine. Zum Glück. Kann man das nicht einfach sagen? Ich meine, ich kann ja nichts dafür. Was? Ja, dass ich in die Lobby reingekommen bin. Ach so, ja. Ja, aber du hast ja schon Prestige gedrückt, deshalb... Ja, ich meine, ja, das ist selbst erbaute Level jetzt gerade. Hast du ja auch selbst erbaute, ohne Hacker, oder? Ja, da hast du schon. Ja, das meine ich ja. Du spielst ja schon ein bisschen länger als wir. Also, wir haben Prestige nicht gedrückt, und halt das wegkennen. Also, eigentlich hätte ich erst jetzt ein Prestige. Also, erst jetzt wäre ich Level 70, und zwar ohne Prestige halt. Eigentlich, ohne Hacker. Und jetzt bin ich aber leider zwei Prestige und bin noch nicht Level 70. Nein. Und Samtex, Bubi, wo bist du? Daipal, komm doch zu mir. Geschwind. Und troll mich nicht, bitte. Nein. Das ist das zu fassen. Daipal, du gehst immer an dieselbe Stelle. Weiter! Kann man das betonen? Ich weiß nicht. Also, hast du mich nicht gesehen, dass ich da raufgegangen bin, wo du auch geschossen hast? Jetzt dachte ich mir, ist es der Dutch? Hä? Flo, hast du auch mitgeschossen? Ja, ich hab dich geschossen. Ach so. Mit dem PC natürlich. Das war ganz gut, dass ich Flo getroffen hab, weil es so war aufgelenkt und du konntest ihn schön wechsnacken. Ja. Ich hab dich nicht gesehen. Das ist richtig so. Wow. Der ist ja schon wieder an derselben Stelle. Ey, lass dir mal was anderes einfallen, bitte. Das ist immer die Anfangsstelle auf dieser Seite. Normal. Alter, was machst du da? Wie du mich gesehen? Ich hab mich doch die ganze Zeit bewegt. Ich weiß nicht, wo er ist, oder? Also, bestimmt nicht. Du kannst es dir zwar denken, aber du weißt es nicht. Oh, Kommando Pro, Leichtgewicht, Aufsatz. Nur so nebenbei sagen, damit es jeder weiß. Warum musst du Aufsatz? Warum? Du weißt doch, dass er da oben auf dem Dach ist, ey. Genau, in dem Moment. Ich hab ihn doch nicht gesehen, deswegen dachte ich mir so, what the fuck, wo ist er denn? Ich hab doch die ganze Zeit gelabert, du kannst es dir ja denken, wo er ist, immer wieder. Und ich hab natürlich mal wieder nicht dran gedacht, zu mästern. Ja, ich auch wollte, ich wollte auch erst mästern. Ich auch erst wollte. Ich wollte auch erst mästern. Ich glaub, die deutsche Sprache, die geht verloren. Irgendwann, als ich sprache und so, wird eingeführt, wirklich so startmäßig. Durch ein explodierendes Auto-Dingen. Fass. Okay. Oh man, ich bin richtig gefickt. Jetzt bin ich richtig gefickt. Wieso bin ich hier hingegangen? Ich hab da gesagt, du hast recht. Was? Wo? Wie? Es hat auch noch dazu geruckelt, ja, zu meiner Verteidigung. Du mich nicht sehen! Nein. Wie ich die ersten Füße irgendwie gar nicht getroffen hab. Weil du in den Boden geflopft hast. Ey, ich porte mich doch nur. Was geht? Ja, das ist ja am Anfang immer. Ja, bitte, bitte. Mach bumm. Ich wollte es dir helfen. Ich hab auch eine geworfen. Aber wir haben ja auch keine Zahlen gebraucht. Ach bumm. Und ich... Hey, Sascha. Okay, ich glaub, wir sollten... Sollte ich mal ernsthaft machen. Guck mal auf den Spielstand. Ich weiß. Cool, ne? Oh, schade. Und die Samtix war verworfen. Ich weiß. Deine auch? Mhm. Schade. Ja, es ist so eine prozentuale Chance. Weil er eigentlich immer dasselbe nimmt. Oh, Porte! Ja, ich porte mich da gerade auch so ein bisschen. Okay. Ich mein da ja auch dich. Ach so, weil er mir zuguckt, meinst du? Wo bist du? Wo bist du da? What the fuck? Wer ist jetzt weggegangen? Mama? Hallo? Miaul. Miaulz. Äh, so. Oh nein. Super. Okay, ich hab noch ne Chance zu gewinnen. Total. Ist so ein scheiß Bombenleger, ey. Jetzt darfst du aber keine Bomben mehr legen. Weil Peter Smits, ey. Ne Witz. So ne Hure bist du. Bist du ne Hure. Ich hab einfach irgendwo hingeschossen. Ja, zu meiner Verteidigung. Oh Mann, ich werd das bestimmt jetzt abkacken, oder? Ja, komm, Camp da noch. Aber wie das irgendwie immer passiert. Kaum spielen wir privates Match. Ja, ich weiß schon. Das regt mich auch ein bisschen auf. Jetzt schon zum zweiten Mal ist sein Internet abgekackt, ey. Sollten wir sein Internet in den Griff bekommen. Mama. Oh ja. Na, eigentlich ist er schon ein dritter Mal, glaube ich. Heute? Äh, ja. Okay. Nein. Ich hab verloren. Wie ich das vermutet habe, Digger. Wie ich das vermutet habe. Ich hab gar nicht mehr daran gedacht, dass du da auch recht... Oft hinguckt. Oft, ja. Kann man das sagen, wenn du da immer stehst. Ich mein. Na, ich hab 24-12. Ja. Es waren ja nur zu zweit und du konntest doppelt so viele Kills machen wie wir. Und wir mussten sie uns noch durch halb teilen. Das heißt, es waren so 25% die ich da bekommen habe. Na, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und ciao. Tschüss. Tschüss.